Piu-Piu! Hinter dieser Scheiße stehe ich auch, also ich labere eigentlich nur Müll, aber das Ding ist, ich bearbeite es so, dass es mir gefällt und das heißt, ich stehe dahinter, was ich mache. Denn alles, was auf diesem Kanal landet, mag ich. Und wenn ich es nicht mag, dann lade ich es entweder nicht hoch oder ich lösche es später wieder. Ich meine, es ist noch viel Scheiße übrig von damals, was ich glaube ich heute nicht mehr machen würde, aber die sind auch nur wegen der Nostalgie da. So, worüber dieses Video handelt, ähm, gar nichts eigentlich. Das, das, das war mal heile. Keine Ahnung, irgendwie funktionieren immer weniger Lichter. Was euch vielleicht aufgefallen ist, dass sich die Qualität meiner Videos ein bisschen gesteigert hat, beziehungsweise nicht die Qualität meiner Videos, sondern, ähm, die Qualität der Videoführung, so nenne ich das jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob man sich was darunter vorstellen kann. Die Kameraperspektive zum Beispiel, man sieht ein bisschen mehr vom Bild, es ist, es sieht alles, äh, offener aus, ähm, ich mag es ehrlich gesagt so, als wenn man nah rangezoomt ist, aber mir gefällt das hier einfach besser. Vor allem hier, 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 guck, da, 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 wenn da, wenn hier so ein Fußgänger vorbeigeht, ey, ich kann die so fertig machen. Das ist einfach Paparazzi, selbst ich gucke auf meinem Bildschirm und sehe dann, welche Fußgänger vorbeigehen, dann muss ich lieber aus dem Fenster gucken, das ist Luxus pur. Ich probiere gerade noch ein bisschen rum, was, ähm, die Kamera angeht, ich habe schon ein bisschen Weißabgleich und sowas geändert, ich probiere da noch ein paar Filter rum, dass das alles noch ein bisschen besser aussieht, im Moment sieht das noch so, ja, Rohaufnahme aus. Meine Videos sind auch manchmal leiser, manchmal lauter, ich versuche das alles auf einem Maß zu halten, es kommt halt immer darauf an, äh, wie stark das Mikrofon rauscht, manchmal ist das eher mehr, manchmal ist das eher weniger, ich weiß gar nicht warum, ist aber halt so, und da versuche ich halt, äh, im Moment, äh, so die Mitte zu finden, dass meine Videos laut genug sind, aber trotzdem man kein Rauschen hört. Ja, Leute, ich, ich mache einfach irgendeine Scheiße, damit ich was hochladen kann, das habt ihr richtig erkannt. Dieses Video hat keinen einzigen Sinn, genauso wie das letzte Video auch keinen Sinn hat, ich, warte, das vorletzte, das letzte Video war ein Tag, da habt ihr mich ein bisschen mehr kennengelernt. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich das hier anschauen, oder sieht es in der Endcard, die ich mittlerweile auch benutze, keine Ahnung, ob sie mal mitbekommen, ich weiß es nicht. Kaum setze ich meine Brille auf, sieht das Bild so aus. Was soll die Scheiße, werde ich nicht mehr erkannt? Alter, war das gruselig. Brille wieder abgesetzt, alles wieder normal. Ich glaube einfach, die Brille tut nicht gut. Ich bin Roman. Scheiß Kamera, ohne, ohne Witz, alles Kacke, alles Scheiße, mein ganzes Setup ist Kacke. Soll ich mal ein Video zu meinem Setup machen, was ich hier so habe, an Sachen, Hardware? Das wird ein sehr kurzes Video werden. Ich habe meine Kamera, mein Mikrofon und ja, das war es von meinem Aufnahmesetup. Könnt ihr ja sonst noch zeigen, was ich so für Hardware hier rumliegen habe, womit ich zum Beispiel zocke. Oder Bildschirme. Ob es interessant ist, ich weiß es nicht. Eine positive Bewertung wird mir da helfen. Einfach mal eine positive Bewertung da lassen, wenn ich das machen soll. Aber nein, lasst eine positive Bewertung da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Unbedingt einen Kommentar schreiben, ob ich vielleicht so ein Setup-Video machen soll. Wäre vielleicht mal eine Idee, dann wäre es vielleicht auch nichts Sinnloses wie dieses Video mal wieder. Okay. Da wir das geklärt hätten, auf Wiedersehen. Folgt mir auf Twitter für weitere Informationen, die ihr unbedingt braucht. Wie zum Beispiel diese hier. Oder auch diese hier. Wie zum Beispiel diese hier.